Ein leichter Rasenmähermotor mit außerordentlichen Vorteilen. Das ist der Bricks & Stratton 500 E-Series Motor, hergestellt in den USA mit amerikanischen und weltweiten Teilen. Sofortiger Motorstart mit nur einem Zug, dank Prime & Pull Startsystem von Bricks & Stratton. 6,8 Newtonmeter Drehmoment sorgen für genügend Kraft, um auch langes Gras mühelos zu mähen. Je höher das Drehmoment, umso stärker der Motor. Der 500 E-Series Motor ist ideal für Rasenflächen bis zu 600 Quadratmeter. Luftfilter und Öl können werkzeuglos gewechselt werden. Für eine optimale Gemischaufbereitung sorgt der Schwimmervergaser und sichert somit eine konstant hohe Leistung. Der mechanische Regler sorgt für eine gleichbleibende Motordrehzahl, unabhängig von der Belastung des Motors. Erleben Sie die Vorteile geringen Gewichts und hoher Manövrierbarkeit. Unsere Motoren sind 30 Prozent leichter als vergleichbare Modelle. Bei Bricks & Stratton können Sie sich auf ein Flächendecken des Service-Netz verlassen. Mit europaweit mehr als 20.000 Händlern finden Sie sicher auch einen in Ihrer Nähe. Einfach zu starten, kompakt, leicht und mit konstant hoher Leistung. Der 500 E-Series Motor liefert genau die Kraft, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Bricks & Stratton. You. Powered.